Moin Moin, hallo Tanzpities. Na, wie geht's euch? Heute machen wir Tiramisu, alkoholfrei, und zwar mit Löffelbiskuits, Leinsamen, ein Viertel von Marzipan, Vanillezucker, Vanillepulver, etwas Milch, 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 Joghurt, und Quark. Und schaut echt rum, nehmen wir Rumaroma. Dazu noch jetzt Kakao, echter Kakao. Und Schokobassbillen vielleicht auch noch. Die habe ich sogar noch dabei, ob ich die verwende, weiß ich jetzt noch nicht. Und fangen wir jetzt mal an und zwar mit dem Quark, dass wir jetzt alles hier rein, wenn der Quark schön sämlich wird. Dann fangen wir jetzt mit dem Joghurt an zu drohen. checkingficat estrechen. Und dann fangen wir auch runter. Und dann packe ich Koderbeinklitter an, ich brauche Kakao halt, das ist viel Kakao, weil die Bundeskarte ist. Ist ja eh ganz alles ein bisschen gemischt, weil das wissen die gerade jetzt. Und jetzt etwa. Das tun wir in den Quark. So, und hier tun wir jetzt, mit Viertel vor den Nazikalen, das sind wir noch bei Weihnachten, in vier Wochen und bei den Tagen an Weihnachten. Soll da halt ein bisschen Weihnachten schmecken. Das tun wir jetzt weiter mit da rein. Und dann auch jetzt auf den Drehbuch. Ich glaube, ich gleich hier noch von dem Pulver rein tue, das war doch noch nicht. Ich komme daran ab, dass er noch steif genug ist. Bisschen, nix zu essen. Und dann, da bin ich zum Ex-Bof. Und die нравится dann. Ich komme zum Arschhau. Und dann, da bin ich zum Ex-Bof. Und ich bin zum Arschhau. Und das ist ruhig. Und ich bin zum Arschhau. Und ich bin zum Arschhau. Das ist eine sehr gute Anzeige. Klappt. Reif geht es um die Krassen. Sicher tun wir auch jetzt noch Vanillepunker dabei. Das sieht gut aus. Ja, ich bin sauer, macht gleich ein bisschen krassig jetzt hier. Ich bin sauer, ich bin sauer, ich bin sauer, ich bin sauer. Mh, schmeckt lecker nach Salzbann aber noch zu wenig und auch noch Zimt, weil Zimtölk zu melken. So, probieren. Das war ja eigentlich genug. So, fangen wir jetzt mal an zu machen, das ist eher so schlicht und zwar machen wir das jetzt. Ja, so, ja. Das sieht jetzt hier aus, so ist es ja. So, das steht. Hier noch ein bisschen aufräumen, damit ihr auch sehr mehr sehen könnt. Sehr gut. So, jetzt rufen. Unser Lüffelbisfeets. So. 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 Und jetzt eine Schicht Kakao. Wenn ihr Kinder echt nur rum nehmen wollt, könnt ihr natürlich das nehmen. Aber wenn ihr Kinder habt, dann am besten kein Echenrum, dann besser Woma oder Oma. Oder Abelvernittel, wo Oma geht auch. Und jetzt die zweite Schicht. Das reicht auch. Das ist die Kamera 1. Das ist die Perfekt. 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 So, so nahe ich nur eine Schicht Löffel Mitzquitz. Wunder hier. So, jetzt zum Abschluss nehmen wir... Leinsamen. Ich weiß nicht, wie ich da teile. So, jetzt zum Abschluss nehmen wir... ... 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